Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Sky Factory 3. So, in dieser Folge haben wir eigentlich angefangen die ganzen Verbindungen wieder zu bauen, sowie ein bisschen Solaranlagen zu craften, Itemleitung und so weiter. Und jetzt müssen wir noch ein Filter her, für unsere... Oh mein Gott, es regnet mal kurz. Wir gehen kurz schlafen, das ist auch ein guter Trick. Wenn es regnet auch kurz schlafen gehen, dann ist die Zeit verschoben entsprechend. Oh, wir können noch nachts schlafen. Okay, da haben wir ein Problem. Jetzt geht es natürlich nicht. Ähm, ähm, ja. Da müssen wir jetzt halt durchhalten, mit dem Krach hier. Egal, gut. Ähm, also wir brauchen Filter. Das sind ja Ender I.O. Heißt, wir brauchen eigentlich Filter vom Filter Ender I.O. Filter. Filter Ender I.O. Mob Item, Charge Item Filter, Opfer Item Conduit. Ja, das wäre dann das hier, ne. Opfer Item Conduit. Ähm, ich würde sagen, wir brauchen so eine Mal. Okay, wir sehen schon, wir haben ein Papierproblem. Ähm. Wenn wir das mal reinfügen hier. Oh, wir haben hier noch eine. So. Wenn wir da oben reinfügen, wir brauchen so ein Papierplatte, das ist schon gleich. Guck mal auf die Zeit. Paul, hat den Pfeilen hier jetzt eine? Ja, Pfeile. Haben wir da irgendwo Zuckerrohr? Das ist die Frage jetzt. Ähm, Zuckerrohr. Bean. Hamming Candlesamen. Zuckercane. Das ist es. Wächst das hier? Vielleicht brauchen wir ein bisschen beim Wasser an, muss das ja sein, ne? Papier ist ja immer wichtiger, eigentlich rein. Natürlich kann man echt ein Papierfarm bauen. Ich kann überlegen jetzt, weil Zuckerrohr müsste ja eher unterirdisch sein. Ich kann das aber auch hier anbauen einfach. Um die Mühle rum. Das wäre es. Komm, machen wir. Wir bauen das jetzt um die Mühle rum. Hier fließt das Wasser direkt. So, da muss ich jetzt kurz alles einzuschieben. Das heißt, wir brauchen ein Slaps. Nicht wenige. Äh, Slaps. Das heißt, wir brauchen zwei, sechs, kraften. Okay, wir brauchen zwei, sechs, kraften. Okay, so. Also, ein Kessel irgendwo noch. Ich frage, ob der im Armee-System ist oder sonst wo. Ähm, ja. Da ist ein Kessel. Okay, warte mal. Also, stimmt hier aber nicht gerade. Okay, die Mühle ist fast gelegt. So. So, Brot habe ich jetzt halt genug. Aber es ist nach mir können schlafen gehen. Da ist der Regen vorbei. Boah, ich hasse Regen. Also, wir sind manchmal so laut. Okay, so, ich glaube, wir machen jetzt mal hier, ähm, bei Musik Sound, das Wetter, schalte ich mal auf die Hälfte, Lautstärke. Da haben wir es erstmal nicht mehr Problem mehr. So, okay. Jetzt könnten wir eigentlich mit Bonemehl ein bisschen nachhelfen. So, wir haben ein bisschen Bonemehl da. So, wie es ein bisschen schneller geht jetzt, bis es reif ist. Ähm, okay, man kann leider nicht, äh, Zucker, oh, Zuckerroh kann man nicht beschleunigen mit Bonemehl. Ah, das ist natürlich jetzt Kacke. Da geht natürlich jetzt einiges nicht, was wir bedachten. Hm, okay, hm. Okay, wir werden hier rundherum Zuckerroh anbauen, das ist schon mal klar. Jetzt hier kommt die Mühle hin. Ich müsste das dann so gehen. Äh, nee, noch weiter. So. Weil die Erde noch durch muss. Okay. Ähm, wir können mal... Eine Wartermähl, äh, Bühle können wir ja auch mal schauen. Boah, das ist wie die Lootback schon. Endemann Köpfe. Bisschen wir auch mal erweitern. Wir könnten aber einfach alles reinzutreten, von Lootzeugs, in das Armee-System werfen. Sieht euch ja aus mit, ähm, mit, ähm, den normalen Samen da. Mal kurz Seed schauen. Seed. Geocraft in 2, 4, 4, 4. Inferno Seed. Können wir mal schauen, ob es reicht. Moment mal, wir könnten auch kurz mal schauen, für einen, ähm, Crowed. Äh, Crowe. Der Crystal, äh, Crystal da. Crystal. Crystal. Stufe 2, was brauchen wir dafür? Das müssen wir zum Demo-Craften überhaupt. Crystal 2. Seid ihr schon bald dieses ganze Sensoren-Zeugs braucht. Was ist denn das Problem genau? Clay? Moment mal, wir brauchen Clay echt? Wir haben noch Clay. Silikon-Dark-Steel-Ball. Okay, jetzt haben wir irgendwas Problem noch. Da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas fehlt da. Nichts weitergehen wir, weil wir es nicht verringen haben. Ähm. 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 Das geht jetzt auf alle Fälle. Also irgendwo müsste das jetzt eigentlich anspringen. Ich glaube, hier haben wir ein Problem mit dem Clay. Ähm, Sackmail. Ach, ich checke jetzt was von mir. So. So, jetzt kann es eigentlich gehen. Ah, nochmal, Solar. Wir haben doch noch Clay, oder? Was? Oh, okay. Okay, so weit, so gut. Ähm. Okay, so weit, so gut. Ähm. Talblöcke mal hin, um das Ganze mal abzurunden. Äh, falsch. Oh, das ist ja doof, oder? Da brauche ich besser ein paar Module hin, oder so. Da haben wir gerade mehr davon. Äh, Drive. Okay, wir haben anscheinend noch diese noch gar nicht gebaut, mit dem... Ach gut, halt natürlich damals noch keine. Und alles klar. Ähm. Okay, Drive. Okay, Print-Advent-Prozessor. Wir haben das noch nicht gemacht. Okay, Eisen schmelzend. Da war doch irgendwo. Da kann man jetzt auch so hinbauen, ne? Ich vermute jetzt mal. Warte mal, da machen wir mal. Aloe Smelter. Aloe Smelter. Aloe. Und Crafter. Da war noch der Importer. So. Fehlt unser Crafters noch. Sie muss ja gleich zu Ende sein und gut ready. Kann sich um Sekunden handeln. Ok, aber es geht doch ein bisschen länger als ich dachte eigentlich. Das heißt eine schnelle... Ok, ähm... Das Problem ist, wir müssen natürlich Stromleitungen bauen. Und zwar, ich muss versuchen, die besten zu bauen. Wir haben hier doch schon ein bisschen an... So... Ich kann natürlich jetzt die verwenden, ne? Wir machen jetzt mal die ganzen Neurinen. Und dann... So, ist ein kraftatisch fertig. Da ist er. Okay, so... Also, zu schauen, jetzt brauche ich natürlich... Ein Double Layer. So, dann brauche ich... Ja, wir können wieder 15 craften. Schaut bestimmt mal, ich ziehe jetzt an. Ähm, dann brauche ich... Ein bisschen wie bei Aloe. Hier waren so so ein Pattern. Ach, jetzt sind wir craften. Wie bei Aloe. Haben die Gleitungen hier? Ne, wo sind sie hoch? Ne, wo sind sie hoch? Ich sehe sie da nicht. Doch da. Äh... Äh... Okay, das heißt, wir können jetzt wirklich... Soll ich jetzt wirklich die schon herstellen, in dem Falle. Ich bin gespannt. Bis jetzt auch gehen. Gut, haben Double Layer hier noch rein, ne? So, das sind... Jetzt kann ich mir zuerst mal die Energie einmal so nutzen. Ähm, so wie wir sie haben. Ähm, so wie wir sie haben. Und hier machen wir... Ähm, Pattern. Ausmelting Funas. Funes Only. So, okay. Also, Drive. Und hier wird noch eine Karte. Und hier wird noch eins gebaut, gerade. Sehe ich es gerade. Und hier wird noch eins gebaut, gerade. Sehe ich es gerade. Ich bin schon über Double Layer drin. Ja, haben wir schon überall. Sehr gut. So, okay. Jetzt üben wir auch mal an der Reihe. Zuckelrohr. Wie sieht es denn da aus? Ähm, bisschen Kacke irgendwie. Wie sieht diese Waszemühle aus? Ähm, kann man da auch was machen? Nein. Okay. Ähm. Was ist eine Mühle? Ich weiß, was spezielle Teile, aber die kann man ja im Vorfeld ein paar herstellen. Ich sehe nur die Mühle. Da ist sie. Okay. Wo kann man jetzt sagen, hier? Genau, zwar. Ähm. Wo haben wir die Mühle gehabt? Irgendwie unten. Wo war sie, oder? Wo? Da. SD Gebäude. Die Königungenивает ein paar mal bauen. Ich hätte mir dann auch ein paar genüge auch. So, wie stellen wir den Resonator her? Das ist auch ein Rezept normales. Ich glaube da war ja was. Boah, eine 5 Double Layer. Hier craftet er was. Ach so, hier craftet er mal die Silikondinger. Aber immerhin macht ihr gleich 3 auf einmal. So am wenigstens schnell ein bisschen Material zusammen. Okay, es ist schon die Folge wieder zu Ende. Ich bedanke mich schon für uns zu sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und da sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Minecraft Sky Factory. Bis dann und bye bye. Ja, das war schon wieder die heutige Folge von Sky Factory 3. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch ein anderes Video anschauen, das hier an der Stelle verlinkt ist. Und somit sehen wir uns dann wieder beim nächsten Video oder beim anderen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.